Vom Profi bedacht. Seit über 58 Jahren bietet die Firma Otter Bedachungs GmbH Erfahrung und Kompetenz rund um klassische und außergewöhnliche Bedachungen. Tradition und Innovation. In dritter Generation unter inhabergeführter Leitung vertrauen Kunden auf individuelle Projektierungen, die einschließlich spezieller Wärmedämmungen und aller Spenglerarbeiten erstklassig umgesetzt werden. Ob Walmdach, Satteldach, Spitzdach oder auch Flachdach. Ob Betondachstein, Tonziegel oder Schiefe-Eindeckungen. Unterschiedliche Dachvarianten und hochwertige Materialien garantieren optimale Ausführungen, die sich bis zu Fassadenbekleidungen fortsetzen. Qualität aus Meisterhand beginnt in der eigenen Werkstatt, in der alle Dachmetallteile exakt zugeschnitten werden, bevor sie zur Montage gelangen. Mit qualifizierten Mitarbeiterteam werden alle Aufträge zuverlässig realisiert. Exklusive Bedachungen der Otter GmbH überzeugen durch Funktionalität und Ästhetik. Otter Bedachungs GmbH. Für Dächer in ihrer schönsten Form.